gute nacht und herzlich willkommen zu einer weiteren folge technische säure 2 folge 48 ja wir haben rausgefunden es geht nicht mit dem siegel deswegen haben wir uns jetzt schon ein aktiviertes und 10 erde gegeben man hat ja gesehen dass es eigentlich hätte funktionieren sollen in der letzten folge aber es hat es nicht und jetzt machen wir das ritual für die komischen flügel vor denen ich einfach solche angst habe dass es wieder explodiert kommt bitte mal mit alter ich will das nicht allein machen ich habe halt einfach nicht angst davor dass ich das nicht kraften könnte sondern halt davor ich stopp hier mal die lecher sondern halt davor dass es ich will es einfach nicht kraften die kann ich dir nicht zugucken beim kraften nein schock meines lebens es ist so alter das ist sowas von junge mein herz steht einfach gerade voll auf dem grund heißt es ist so anstrengend das ist so crap boah what the fuck alter ich habe ein puls von 180 deswegen es war so knapp ja es hat funktioniert aber ich habe etwas rausgefunden ja das ist mega genial also du kennst das eh schon via ducts ja tisch wie bon ist scheiße turbo dynamics ist der geilste mod ever diese via ducts können spieler transportieren und damit werden wir unser haus verbinden aber nicht jetzt jetzt bei euch ein grinder ich baue jetzt einen aber nicht den von industriegel ich baue einfach weil ich gerade keine ahnung habe das war so einfach das ist so dieser schock ne wenn wenn du was craft ist äh wie craftet man nochmal in war in war in einem alloy furnace mit 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 was ich weiß es nicht ich guck nach nein nicht das in war von tech reborn das ist scheiß boah ich zitter gerade das war immer nur so endknapp ne nickel und eisen ich weiß nicht ich muss hier noch irgendwas oh leid ach ferris ach stimmt ferris ich weiß immer noch nicht wie man die sachen aus den carpenters dingern wieder rauskriegt ich kann das einfach nicht hä ähm mit dem ich weiß es gar nicht gerade ich weiß es auch nicht ich brauche noch nicht hingehen ne weißt du es war halt einfach so endlos knapp weil es halt einfach dann anfängt zu blinken und das ist einfach so hart du 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 kommst da nicht klar das ist so scheiße es geht jetzt eh schief alter aber ich hab's geschafft so nen grinder was brauche ich jetzt noch dark glass reinforce dark glass dark glass brauche ich fickendes glas dafür brauche ich sandy glas ich überlege gerade ob ich das mit dem glas wirklich bis zum boden mache oder ob das hässlich ist ich glaube es ist hässlich wie mit dem glas bis zum boden machen dass das glas bis zum boden geht und nicht dass da noch eine schicht sandstein ist ich weiß es nicht musst du wissen was schöner aussieht Marvel wie sieht denn das aus? ne hässlich achja so eine arbeit ist immer so ein scheiß alter das ist einfach oh ich hätte hier so richtig gern diesen marble cobblestone den ich in hexit immer benutzt hab fuck ich brauch wieder nein das ist doch auch richtig hässlich es gibt doch ne marble cobblestone jetzt glaub nicht sogar warum eigentlich nicht also in hexit gab's den der sah so geil aus ich glaub damit hab ich auch gebaut hexit war das erste modpack das ich je gespielt habe meinst auch und es war mit das oh ich kann ja jetzt fliegen alter es ist so angenehm es war mit das beste modpack neben infinity das fand ich auch mega geil ja auch alter es ist so angenehm ne du glaubst nicht wie angenehm es ist endlich fliegen zu können ich klatsch das jetzt wirklich erstmal mit marble zu komm ehrlich ehrlich du musst du musst auch noch dieses komischen flügel craften nein aber du musst sie ja nicht benutzen ich hasse die wie die pest alter mach ich das nicht außerdem muss ich die so oder so cheaten warum weil das ritual nicht funktioniert boah jetzt muss ich endlich nicht mehr angst haben schafe irgendwo runter zu schubsen weil ich könnte ja selber runter fallen schiss schaf ich hab grad ein schaf in dragonflies loch geworfen in dragonflies loch da gehörts hin oh nein oh nein da hast du schon wieder er da hingesetzt was kannst du eigentlich diese ward i want ward genau wards kennst du auch nicht diamond ward diamond ward bietet extra vision Es ist so unnormal angenehm fliegen zu können, ey. Ich hab so wenig Marble. Ich hab wirklich gedacht, ein Stack reicht. Aber wieso hab ich das gedacht? Scheiße, ich kann übel wenig Reinforced Dark Glass machen. Marble. Oh ja, da haben wir ein bisschen was dabei. Da haben wir ein bisschen was da. Oh nein, alter, diese Scheiße. Ich muss, glaube ich, mal gleich die Erde aus dem Ende darnehmen. Bevor ich die noch zehnmal abbauen muss. Alter, sollte ich mich endlich mal beruhigt sein. Alter, schon wieder. So, hier kommt die Farm rein. Da, ups. Jetzt ist auch noch mein Dingenskirchen leer. Das ich auch mal upgraden wollte. Ich hab aber leider alles von Tech Reaporn weggesprengt von einem Creeper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, was? So, platzier den Grinder einfach mal. Und dann mach ich diesen komischen Hammer. Um nachzuschauen, wie viel der eigentlich von dem jetzt nehmen würde. So. Ach so. Boah, ich vermiss echt nen Hammer von Tinkers Construct. Schon wieder Erde. Was ist das? So. Was ist das für eins da mal noch? Sieht wirklich hässlich aus. Ich mach das auch noch anders. Aber ich hab jetzt erst mal nen Fußboden gebraucht. Für den Anfang reicht's. Genau. Da kommt noch Sandstein drunter. Macht das nicht Spaß? Nein, macht das nicht. So, nochmal gucken. Wieviel geht der nach hinten? Geht der nach hinten? Der backt voll komisch rum. Was backt der denn? Der Sandstein. Der backt Sandkuchen. Sandkuchen? Hm. Ich mach das alles noch mal irgendwann. Ich, ich, ich würd dir echt empfehlen, bau dein Haus offline. Ja, mach ich auch noch. Weil so geht das wirklich nicht mit den ganzen verbackten Steinen. Buggel, Buggel, Kuchen. Das Problem ist jetzt, das geht nicht bis hier. Und ich hab Angst, wenn ich diese Fans baue und mich hier hinstelle, dass die dann nach hinten einpusten. Da, Fans von Open Blocks. Soll ich da ein Glasdach machen? Ich teste mal einfach, ob das geht. Ich brauch nämlich eh welche. Hm. Zwei brauche ich ja so oder so. Wenn ich jetzt hier einen rein stelle. So, ich habe ein Haus. Hm. Nur so ein schlechtes oder schon mit Dach und Ein Dach habe ich noch nicht, aber das mache ich offline. Oder so. Oder so. Oh, hier fehlt noch der Sandstein. So, wie weit pustet der einen jetzt weg? Man kann hier nicht stehen. Das ist scheiße. Dann baue ich das halt einfach noch einen weiter nach hinten. Hoppa. Ach scheiße. Ich kann jetzt auf jeden Fall das Glas von unten wieder aufholen. Fischen. Alles klar. Hier ist es relativ dunkel drin. Muss mal kurz. Nee, hier liegt kein Glas mehr. So. So. Dann habe ich mir so gedacht, geht man hier runter. Mit diesen Carpenters Dingern. Die ich sowieso schon gecraftet habe. Mit diesen hier, genau. So ungefähr habe ich mir das gedacht, glaube ich. Wie hoch sind Endermänner? Vier, ne? Vier Blöcke. Vier? Oder drei? Ich glaube, drei. Ja, aber vier hoch reicht. Gut. Achso. Nee, Quatsch. Den muss ich gar nicht. Ja, gut. Hier muss ich das nicht machen, sondern nur hier. Hier muss Sandstein. Hier müssen wir aufpassen. Hier werden wirklich Angel Rings ganz praktisch. Aber sie sind immer noch scheiße. Warum findest du sie scheiße? Weil das wie gecheatet ist. Man fliegt da wie ein Creative rum, ist doch langweilig. Ich finde es ehrlich gesagt schon ziemlich OP. Ist es auch. Aber auch irgendwie cool und dafür ist es ja auch jetzt eine Zilliger Schock, das zu craften. Ich habe keinen Hammer dabei. Du bist Hammer. Wollte ich gerade sagen. Oh, dicken. Ich brauche hier unten irgendwie Licht. Aber wie ist jetzt die Frage? Ich glaube, ich brauche mehr... Könnte man hier... Ja, man kann hier super runterlaufen. Perfekt. Perfekt! Es ist wirklich so anstrengend mit einem Jetpack. Woran liegt das bloß? Aber man kann sich ja helfen mit einer Plattform. So. Ja, musst du aber auch bei den Angel Rings. Du kannst ja im Fliegen zwar abbauen. Ja, aber es dauert ewig. Aber es dauert halt wirklich ewig. So, als wärst du unter Wasser. Wieso hole ich den Sandstein? Ich habe noch so viel. Ich dachte, du wärst gestorben. Ich denke aber irgendwie immer irgendwas, wenn das im Chat kommt. Ja, wäre auch scheiße, wenn du nichts denken würdest, oder? Ja. Hä? Ach so. Ich habe schon wieder... Habe ich einfach schon wieder gemacht. Nicht gedacht? Oh nein, die Spinne kommt. Hast du eigentlich ausgeleuchtet unten in deinem Haus? Nein. Und das... Also ganz unten in dem Loch? Da kann ich spawnen irgendwie. Spawned auf Bedrock irgendwie nix. Das kann sein. Das kann echt sein, weil eine andere Erklärung habe ich nicht. Oder es ist derselbe Licht, Back. Warum auch das Ritual nicht funktioniert hat. Alter. Was ist denn? Ja, Carpenter ist. Ich hasse das, diese Dinger hinzusetzen. Weil es einfach nicht funktioniert. So. Soll ich das irgendwie drei breit machen? Nee. Mir fehlen einfach zwei Laborat... Ah ne, ich brauche zwei Laboratorie-Blocks nicht. Die kommen ja hier rein. So, das muss frei sein. Und dann müssen die hier frei sein. Scheiße. Aber das ist nicht schlimm, glaube ich. Und das. Und dann brauche ich nochmal zwei Fans. Zwei Fans hast du ja noch nicht genug, oder? Boah, war der schlecht, Alter. Also, er braucht Fans, also schaut mal mit ihm vorbei. Er braucht Fans. Hey. Es lag. Yeah. Irgendwo. Ich glaube, ich gehe mal schlafen. Ist das eine gute Idee? Yeah. Also, mir ist es egal. Ich bin eh unter Tage, wollte ich gerade sagen. In meinem Labor. Unter Tage. Oh, ich habe gerade Q gedruckt. Eigentlich ist das Wort unter Tage doch total schwachsinnig. Weil man ist ja nicht unterm Tag, oder? Da unten ist ja auch noch Tag. Nee, da ist nachts, da ist dunkel. Weil das ist doch total dumm. Natürlich, ist da... Hä? Deutsche Sprache ist wirklich dumm. Das ist wirklich total schwachsinnig. Da können wir nichts gegen tun. Deutsche Sprache ist dumm. Ach, wir können Revolution näher was ändern. Okay, kann man das? Nein. Oder... Also, wir können es nicht. Wir können da, glaube ich, wenig ausrichten. Ja, das stimmt. Aber ich kann ein Kabel einmal rum um meinen Reaktor legen. Kannst du. Kannst aber auch sein lassen. Und ich brauche mehr Kabel. Eigentlich könnte ich mir die besseren machen, aber lass ich lieber mal. Alter, diese Carpenters-Dinge, wenn man da sneakt und scrollt, das ist so kacke. Okay. Sandsteintreppen hier sind in der Tat nicht schön. Yoda hier ist in der Tat auch vorhanden. Du... Hast du gerade geredet, Alter? Ich habe 900 Erde. Ich muss sagen, es war sinnvoll, die Quarry farmen zu lassen. Nach Erde. Ja, genau, das nicht, sondern trotzdem Erde mitnehmen zu lassen. Achso. 1, 2, 3, 4, 5, 5, glaube ich. Ja, ich nehme jetzt auch keine Erde mehr mit. Ich habe aber noch ein bisschen Erde, glaube ich. So. Vielleicht mache ich auch einfach eine Marbeltreppe. Wäre das eine Möglichkeit? Das wäre zu viel verlangt. Meinst du? Mir fehlen Kabel, Alter. What the fuck? Da kommt eine Capacitator-Bank hin und dann noch ein Kabel. Ich brauche ein Kabel und eine Capacitator-Bank. What the fuck? So. Ja, ich glaube, ich mache echt eine Marbeltreppe. Wie geht das mit dem Hammer? Ich hoffe, er ist. Ich hoffe, er ist einfach. Ja, ja, Hausbau ist so eine Sache. Okay, jetzt kann ich das auch mal. Was? Blöcke aus den Capacitator-Bank wieder rausholen. Das ist eine Sache, die ist sehr schwer. War wirklich zu dumm dazu. Ich glaube, ich muss mir wieder Conduit-Binder herstellen. Fuck, muss ich wahrscheinlich nicht echt. Hä? Was ist das Holz da denn? Alter, wieso liegt das gerade so? Ich weiß es nicht. Mir fehlen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Glas. Scheiße. 6 Glas. Dafür brauche ich 8 Dark Glass und dafür brauche ich 5 mal 2, 10 komisches Glas. Dafür brauche ich 10 mal das. 3 mal das. Das heißt, ich brauche 6 normales Glas. What the fuck, Alter. Damn, die ist Rechnungen. Knaps. Was ist denn? Ich glaube, wir sind am Ende der Folge. Oh, fuck, sind wir echt. Oh ja, sind wir echt. Scheiße. Ja, so ins Crafting vertieft. wir sehen uns morgen 18 Uhr bei einer weiteren Folge Technische Säure. Wie vielte Folge ist das dann? Die 49. Kommt morgen. 49 Folgen. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann schaut nicht bei mir vorbei. Sondern bei mir. Auf Wiedersehen. Morgen, 18 Uhr. Einschalten. Tschüss. Tschüss.